Ähm, der Master strategische Gestaltung. Warum? Du stehst wahrscheinlich gerade vor der Entscheidung, nach meinem Bachelorstudium habe ich sehr lange nach dem richtigen Designmaster für mich gesucht. Was macht man eigentlich in Master strategische Gestaltung? Du bist im Master genau richtig, wenn du Post-its nicht nur als Wandgek nutzen möchtest. Weil hier nutzerorientiert gestaltet wird. Weil man praxisnah und mit coolen Leuten zusammenarbeitet. Man bringt Leute zusammen mit verschiedensten Hintergründen. Sondern eben auch diese methodenbasierte Problemorientierte Ansätze. Wie ich meine Skills am besten so einsetzen kann, dass ich am Ende auch wirklich Produkte gestalte und entwerfe. Weil wir dort lernen, auf jedes kleine Detail zu achten. Beispielsweise nicht nur diese eine Perspektive hat. Sondern vielmehr das Drumherum, das Warum. Auch andere Designstudiengänge kommen zusammen. Mehr an Softskills mitgenommen als in meinem gesamten Bachelorstudium. Um mich nach dem Bachelor nochmal bereit aufstellen zu können. Dass ich mich für Jobs bewerben kann, die ich nach dem Bachelor gar nicht mal auf dem Schirm hatte.